Der Pfad, spirituelle Alchemie. Was ist das? Es hat zu tun mit Transformation. Der Sinn des Lebens ist immer spirituelle Alchemie. Wir wissen ja aus den alten Schriften der Gnostiker und so weiter, auch vom Buch des Lichts, dass die Chemiker früher viel mehr waren als das, was sie heute sind. Früher war der Chemiker das Experiment. Es war ihm möglich, alchemistisch, aber auch okkult sozusagen die Elemente zu beherrschen oder zumindest zu beeinflussen. Und da gibt es diese Geschichte, meine Lieben, von Alchemie, indem man Stein zu Gold verwandelt oder Eisen in Gold oder eine Substanz in die andere. Das mag mit Hilfe von Naturgeistern auch gelingen und ist in atlantischen Zeiten auch gelungen, wurde missbraucht und so weiter, ist alles im Buch des Lichts. Aber was ist die viel wichtigere Bedeutung für uns jetzt in diesem Leben? Es ist die Transformation des Bösen in das Gute. Es ist die Transformation dessen, was in uns noch unentwickelt ist, in das, wozu es sich entwickeln soll. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, ein physischer Körper. Was sind die Bedingungen für eine solche Transformation? Wie kann ich von einem bösen Menschen zum Guten werden? Zunächst mal, das Böse ist in uns allen. Im einen mehr, im anderen weniger. Und der Sinn der Sache ist, durch Karma und Reinkarnation oder durch Leiden, diese böse Energie, dieses Negative, dieses in der Materie Verhaftete, zu transformieren, es zu nutzen zum Guten. Und da ist natürlich die Grundessenz dieser Lehre, dass niemals der Feind der andere ist. Das ist ein Missverständnis vieler Christen, Moslems, Katholiken, dass sie sagen, vernichte die Ungläubigen den Feind und so weiter. Der Feind ist, damit ist immer gemeint, meine Lieben, der Feind in uns selbst. Unsere Unvollkommenheit, zum Beispiel Herr Vogel, ein ehemaliger Boxer, der jetzt also Muslim ist, sogar Arabisch kann und so weiter. Und der auch, salafistisch oder wie auch immer, darauf aussitzt zu sagen, dort ist der Feind. Mein lieber Herr Vogel, Sie verstehen wenig vom Koran. Dann wüssten Sie, was Dschihad wirklich ist. Es ist nicht der Feind gegen die Ungläubigen. Niemals war das gemeint. Das wurde später in den Hadits und so weiter entsprechend geändert. Der wahre Dschihad ist das Bekämpfen der eigenen Schwäche und Unzulänglichkeit. Um überhaupt mal das zu tun, muss man überhaupt dieses Wissen haben. Sonst suche ich immer nur den Splitter im Auge des anderen und sehe nicht, das schreibt die Bibel ganz gut, den Balken im eigenen. Meine Lieben, erst mal bevor man Schadensbegrenzung macht, muss man Schadensaufstellung machen und wissen, wo ist er überhaupt, der Schaden? Er ist in uns. Jeder, der das Buch des Lichts liest, der meditiert, wird in der Meditation sich seiner Schwächen von der Kleinsten bis zur Größen bewusst. Jetzt kann er folgendes machen. Ja, das bin ich gar nicht. Also ich bin, das sind eben so meine Eigenarten und jetzt will ich mich mal dran machen, Dschihad, Dschihad, den Feind draußen zu bekämpfen. Und er ist wie ein Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft. Ja? Und so denken die meisten Menschen. Sie sind noch gar nicht bereit für diese Botschaft. Was ist ihre eigene Unvollkommenheit? Dazu müssten sie natürlich, lieber Hörer und Hörerinnen, erst einmal zugeben, dass sie welche haben. Wie erkennen wir die am besten? In der Meditation, im Loslassen. Da steigen, wie beim Fasten, Gifte auf. Wir werden uns bewusst, oh je, ich bin jezornig, eifersüchtig, gierig, lustvoll, bin ein Trinker. Was weiß ich, was man so alles isst. Mehr oder weniger. Hafte ich an die Materie, als geistiges Wesen und wundere mich dann, wenn ich darunter leide. Wie kann ich jetzt das loswerden? Und da kommen nun die verrücktesten Vorschläge. Einer der verrücktesten ist es, dass ein Gott oder ein Jesus dir deine Probleme und Sünden abnehmen kann. Das ist das perfideste, das perfideste, was es überhaupt gibt. Denn damit entmündigst du dich selbst und sagst, der Jesus wird es schon richten. So funktioniert es nicht. Dann wird Karma und Reinkarnation dich immer wieder auf das Rad des Lebens werfen, bis du kapierst. Und bist du dann an einem Punkt angelangt, bis du sagst, ach, das ist meine Schwäche, ich gebe es zu. Sozusagen eine Beichte gegen sich selbst. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, um gleich mal zu sehen, was können wir konkret tun. Angenommen, jemand ist jezornig. Jetzt sagt er, naja, ihr habt doch recht, der hat mir da das und das gemacht und da habe ich mal eine rein und so weiter und hat da reagiert. Jetzt sagt er, wie werde ich diesen jezorn los? Jetzt kommen von allen Seiten die Psychologen, die Psychiater auf ihn eingestürzt, geben ihm einen kleinen Gummistock und sagen, schlag auf das Kissen ein. Fühlst du dich nachher wohler? Oder geh in einen Boxclub. Ja, das ist eine gewisse Transformation schon. Aber an sich, ja, ist doch das Problem noch da, meine Lieben. Es ist drin. Es bricht irgendwann wieder aus. Es ist eine Teillösung. Was kann ich also tun? Ich muss zunächst mal sehen, das ist eine gute Energie. Das habt ihr noch nie gehört, glaube ich. Ihr habt noch nie gehört, dass das Böse eine gute Energie ist. Ich sage euch, euer Jezon. Das ist eine gute Energie. Habt ihr das schon einmal irgendwo anders gehört, bei einem Psychologen, Psychiater oder was? Das, was ihr loswerden wollt, ist eine gute Energie. So gehen wir mal an die Sache ran. Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2. Nach dem Energieerhaltungsgesetz, Mayerschen Energieerhaltungsgesetz. Ich nehme sie und wandle sie um. Ich benutze sie. Ich unterdrücke sie nicht. So wie viele Mönche und Nonnen ihre sexuelle Energie unterdrücken. Sie wissen gar nicht, was das ist. Und da staut sich das an und plötzlich werden sie sexuell pervers. Situation der heutigen katholischen Kirche. Meine Lieben, wir befassen uns hier mit Kundalini, der sexuellen Energie des Menschen, die, wenn sie unten gehalten wird und gedrückt wird, Aggression erzeugt. Gewalt, Jezorn. Denn in den unteren Energiezentren, da hat sich das gelagert. Vor allen Dingen in den analen Zentren und etwas höher auch in der Prostataganglion sozusagen. Wenn jemand jetzt kommt und will das unterdrücken und loswerden, dann öffnet er eine Pandora-Büchse, die ihn erschlägt. Was ist zu tun? Zurück zu Schritt Nummer 1. Erstmal sich bewusst zu werden, was ich hier sage. Es ist gut. Wie? Es ist gut, Jezornig zu sein? Es ist gut, Böse zu sein? Die Energie des Jezorns und des Bösen und des, was auch immer uns bedrückt, ist gut. Jetzt nehmen wir sie und nutzen sie als Transformation. Das heißt, wir halten sie nicht mehr da unten. Wir lassen sie nach oben steigen in das Geistige. Wie tun wir das? Na, ein hasserfüllter Gedanke ist, ich hasse dich. Negative Gedanke. Erzeugt mehr und mehr von der Energie. Ich liebe dich. Ist schon mal was anderes. Nehmt eure hasserfüllte Energie, unter die man euch, man hat euch unterdrückt, man hat euch missbraucht als Kinder, man hat diesen das gemacht. Einigen von euch, wenn jetzt schon gleich die Tränen in die Augen kommen, man hat das alles gemacht, das ist alles Karma, das ist alles selbst verschuldet durch Interaktion. Jetzt nehmt ihr das und sagt mal einfach, mögen alle Menschen glücklich sein. Bevor ihr schlafen geht, sagt mal, mögen alle Menschen glücklich sein. Ich wünsche allen Menschen alles Gute. Da wird natürlich auch die böse Energie kommen und sagen, nö, ich will unten bleiben. Ich hab bisher so schön gehasst. Lass mich doch in Ruhe. Da wird es ein Aufbegehren geben, möglicherweise. Aber ihr seid der Dompteur. Ihr sagt weiter, möge allen Menschen Gutes widerfahren. Und langsam wandelt sich die Energie. Jetzt, wie wandelt sie sich noch? Indem man das Buch des Lichts liest. Ursprung und Bestimmung von Mensch und Universum. Wir sind alle eins? Oh, warum? Ich denke, wir sind getrennt. Ich bin hier, du bist da. Nein, wir sind eins. Je mehr man das erkennt, umso weniger hat man Intention, überhaupt anderen zu schaden. Hin und wieder wird es wieder aufflackern, meine Lieben. Das Böse. Der Jezorn. Aber jetzt habt ihr schon mal einen ersten Schritt gewagt. Durch Kenntnis. Durch Wissen. Das ist der Feind, der zu bekämpfen ist. In dem Sinne, dass ich ihn nicht töte, sondern ihn nehme und höher führe. Und dieses Höherführen, dieses Umwandeln ist spirituelle Alchemie. Oder Alchemie. Jetzt. Ganz reales Beispiel. Nehmen wir einen Jezornigen Menschen. Ich war auch so. Und zwar zu einem Extrem, dass ich mich wundere, dass ich noch lebe. Aber gut. Jezorn kommt auf. Zum Beispiel, wir fahren Auto. Und jemand von euch fährt nicht schnell genug. Man hupt, der hupt zurück, zeigt vielleicht den Finger oder so. Oh, jetzt geht es los. Wenn wieder ein Jezorn in euch aufsteigt, sagt zum Beispiel einfach mal No. Nein. Nein. So einfach ist das. Einfach Nein sagen. Was denkt da die Energie? Was fällt denn der von mir? Say No. Sag Nein. Nein. Einfach das. Und ihr werdet merken, der ist zum Missland. Oh. Was? Bei manchen funktioniert das sofort. Der Jezorn verflacht sich, wird transformiert. Er wird nicht unterdrückt. Nö. Ihr Lieben, in der nächsten Lesung sage ich euch, wie diese negative Energien sind wie kleine Kinder. Und wenn ihr zu einem Kind Nein sagt, mag es sich vielleicht sträuben, mag nicht gehorchen. Wenn ihr es aber überhaupt machen lässt, oder lasst, ja dann ist ein Problem. Das sind so diese anti-autoritären Erzieher. Ja, Kinder möchten gern Kacke an die Wand schmieren. Lala, Kind, doch es entfaltet sich. Meine größten Monster draus. Meine Lieben, ihr werden jetzt gemeinsam, gemeinsam, unsere Schwächen besiegen. Das ist der Sinn des Lebens. Wir werden die Götter, die wir bereits sind. Jesus sagt, wisset ihr nicht, dass ihr Götter seid? Bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ... Untertitelung des ZDF, 2020